Oh, da ist wer. Dann hauen wir uns jetzt in einem Maus. Aber... Okay. Ja, läuft. Mahlzeit, Alter. Alles klar. Ich explodier mit dem Fahrzeug. Okay. Nimm dir mein Achter-Skop. Okay. Geil. Geile Runde. Absolut geil. Pass auf, neben dir, Herr Obetschken. Neben dir auf Nordwesten. In dem... Alles klar. In den Häusern... Ja, und das Motorrad... Du hörst gar nichts, gell? Motorrad... Alter, wieso bin ich jetzt einfach explodiert? Ich bin nur durch den Zaun durchgefahren. Ich bin einfach...